Daddy, you're so embarrassing. Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sonderfolge mit den Gästen Alex Batzke und Martin Pieler 2007. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hi, da sind wir wieder. Weiter geht's. Ja, da sind wir wieder. Wir haben aufgehört mit Kölner Total Importnam-Folgen. Ja, wir sind gespannt, was ihr da noch habt. Ich hatte letztes Mal am Ende der ersten Folge gesprochen über drei so Altstars, Bruce Springsteen, Neil Young und Robert Plant und Alison Krauss. Und Alex, ich glaube, du wolltest da noch was ergänzen. Genau, ich wollte kurz noch was dazu sagen, dann hattest du schon abmoderiert. Also nutzen wir es doch quasi als Sprungbrett zurück in diese Folge hinein. Genau. Was du gesagt hast zu Radio Nowhere, da wollte ich eigentlich nochmal drauf eingehen. Denn ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, ein Jahr später, weil das Album kam erst im September raus, waren wir mal unterwegs zum Sorpe See. Das ist so ein See hier bei uns im Sauerland und da waren wir irgendwie so campen oder so. Und dieses Lied lief, als wir uns gerade ins Auto setzten und auf die Ahr, weiß ich, 45 gefahren sind, Richtung Sauerland. Das geht da so ein bisschen, da kommen die Berge schon so ein bisschen in Sicht. Und dann kam dieses Lied und das war so ein richtig schönes Roadtrip-Gefühl, so, das da aufkam. Und das hatte ich immer noch im Kopf, so, weil dieses Lied da lief und dieses Freiheitsgefühl, das passt sehr schön zu diesem Radio Nowhere Song, so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ein guter, gutes Roadtrip-Lied. Genau, generell fand ich überhaupt dieses Album sehr, sehr schön eigentlich. Habe ich gerne durchgehört, so Feinster Springsteen-Sound habe ich mir ja notiert. Gut, Martin. Nee, Alex. Ah, Alex. Genau, so, wir waren in Schottland gewesen. Jetzt kommen wir ein bisschen südlicher auf unserer England-Großbritannien-Reise. Aber immer noch, was England angeht, sehr weit im Norden, nämlich Newcastle, Up on Tyne. Und, also das liegt so im Nordosten. Und da kommt die Band Maximo Park her. Mit dem wunderbaren Album Our Earthly Pleasures. Was wir damals sehr gerne gehört haben, habe ich gedacht. Aber alles, wofür ich so nostalgische Gefühle hege für diese Band, sind die ersten drei Tracks auf dem Album. Also, ich kannte tatsächlich den Rest nicht. Aber das liegt vor allem daran, dass diese drei Stücke, die Anfangsstücke, echt einfach die großartigsten sind. Es fängt an mit Girls Who Play Guitar, was allein schon eine sehr gute Idee ist, weil es gibt, glaube ich, fast nichts Sexieres als Girls Who Play Guitar. Und dann geht es weiter mit einem relativ guten Stück, was gut nach vorne geht, mit My Velocity. Und dann kommt einfach das All-Time-Higher Books from Boxes. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich dieses Lied höre. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Rest des Albums oder warum wir den Rest des Albums nie gehört haben, weil wir dann sowieso schon immer völlig außer Rand und Band waren. Wir sind so immer abgegangen auf diesen Song, weil wir halt gerne diese Indie-Musik gehört haben damals. Ich hatte ja auch selbst bei einer Band mitgespielt, wo wir so eigene Songs so in diesem Stil gespielt haben und so. Und ja, also Books from Boxes fanden wir immer ganz toll. Allein schon diese Stelle. Ja, das ist so schönes Britisch. Das haben wir immer so richtig gegenseitig anpersifliert, dieses I appreciate. Das Wort appreciate, das ist einfach, das war in langer Zeit mein absolutes Lieblingswort aus dem Englischen wegen diesem Lied. So, genau, deswegen Our Earthly Pleasures von Maximo Park. Also ich mag diese ersten zwei Alben von Maximo Park auch extrem. Ich finde es ganz, ganz große Songs und ich habe die live auch gesehen, glaube nach dem ersten Album schon, vor dem zweiten. Gute Live-Band auch. Und was mir auch durch diesen Podcast erst aufgefallen ist, es gibt, also die Vorbild-Band von Maximo Park ist The Jam auf jeden Fall mit Paul Weller. Und es gibt ein Lied vom 1980er Album Sound Effects, das heißt Set the House Ablaze. Und auf diesem Lied basiert das komplette Oeuvre von Maximo Park. Okay. Ist meine Entdeckung. Die haben also eine Karriere aus diesem Lied gemacht, aber großartig. Wir haben das Beste rausgeholt auf jeden Fall. Ja. Ja, also Books from Boxes ist tatsächlich ein so gutes Lied, dass sogar ich das 2007 gut fand. Und da war ich eigentlich schon echt gar nicht mehr in diesem Indie-Kram irgendwie zu Hause. Aber das war schon gut. Ja. So. Dann bleibe ich auf jeden Fall auch bei Gitarren. Und zwar bringt, den Namen werde ich jetzt auch sehr verhunzen, Serge Tankian vielleicht. Seines Zeichens Sänger, der großartigen, Alex hält irgendwas in die Kamera. Der sehr großartigen Metal-Band System of a Down bringt sein Solo-Album raus. Es heißt Elect the Dead. Hat, glaube ich, durchaus auch noch was mit der ausgehenden Bush-Era zu tun. Und im Wesentlichen, also wie das ja so oft ist, wenn der Liedsänger einer Band ein Solo-Projekt rausbringt, dann klingt das irgendwie am Ende eigentlich trotzdem wie die Band. Und hier ist das im Prinzip auch so. Was aber hier auch in diesem Fall nichts Schlechtes ist, weil eben System of a Down eine sehr gute Band ist. Und dieses Solo-Album ist vielleicht so ein bisschen so wie bei Slipknot und Stownsower. Also praktisch so von Corey Taylor. Also ein bisschen sanfter, ein bisschen mainstreamiger ist das falsche Wort. Aber eingängiger, sag ich jetzt mal, als so ein System of a Down-Album. Aber hat trotzdem diese Aspekte, die System of a Down so besonders machen. Nämlich diese armenischen Einfluss-Folk und so weiter und so fort. Ist da halt auch drin. Textlich, glaube ich, ein bisschen politischer tatsächlich. Und auf jeden Fall super gut hörbar, wenn man eben auf Metal irgendwie steht. Und empfehlen als Leader kann ich da auf jeden Fall die erste Single Empty Walls und Praise the Lord and Pass the Ammunition. Das ist doch mal ein guter Appell. Zumindest ein Teil davon. Okay. Ja, ich mag das. Das ist ein toller Mix aus Krach und wunderschönen poetischen Gesang. Empty Walls ist auch immer in meiner Jogging-Playlist. Also die habe ich nicht selbst erstellt, aber irgendwie ist das da drin. Ich habe das gerne gehört. Also der hat wirklich eine ganz, ganz tolle Stimme. Ich muss mir das mal anhören, wenn euer Playlist-Song kommt. Ich kenne es gar nicht. Ja. Das war auch ganz komisch. Also ich glaube, er hat auch genau dieses eine Solo-Projekt einmal gemacht. Und offiziell gibt es System of a Down auch noch. Aber die sind irgendwie auch die ganze Zeit so halb zerstritten. Und dann heißt es immer, ja, jetzt Auflösung oder Abschutztour und dann doch nicht. Und, ja, schwierig. Okay. Okay. Wir gucken, was der Klaus hat. Jetzt geht er wieder in den Indie-Bereich zurück. Ich möchte bei einem Album sprechen. Das stammt von einer Band, die man immer wieder wegen des Gesangs wahrscheinlich mit Joy Division vergleicht. Und der Gesang klingt exakt wie der Gesang von einer anderen Band. Ich spreche von Interpol und dem Album Our Love to Admire. Ich mag das Album, obwohl ich eigentlich trotz häufigem Hören mich an kein Lied erinnern kann, sondern nur an die Stimmung und an die Stimme. Und die andere Band heißt Die Editors. Die haben ein Album. Das heißt An End Has A Start. Ich finde, dass die Musik sehr ähnlich ist. Interpol vielleicht noch etwas wuchtiger und weniger poppiger als Die Editors. Die Editors waren, glaube ich, die berühmteren. Meine Ich. Es gibt bei den Editors ein Lied. Ich glaube, es ist das letzte Lied. Das heißt Well-Woven Hand. Well-Worn Hand. Woven Hand war ja mal ein anderes Bandprojekt. Well-Worn Hand. Ein sehr schönes Lied. Das letzte Lied auf der Platte nur zu Klavier. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich ein Liedtitel Smokers Outside the Hospital Doors. Allein das Bild finde ich gut, weil immer wenn ich vor einem Krankenhaus stehe, ich bin natürlich nicht der, der raucht, sondern wenn ich reingehe oder so, dann sehe ich da Leute im Bademantel, die rauchen. Und wenn man ein Lied so nennt, finde ich das sehr, sehr cool. Es gibt auf dem Interpol-Album jetzt kein Lied, das ich jetzt unbedingt empfehlen möchte. Ein Lied heißt The Heinrich Maneuver. Das gefällt mir allein schon vom Titel. Und der Opening Track, den finde ich auch ziemlich gut. Aber auf Dauer nutzt es sich ein bisschen ab. Und ein Titel, den ich natürlich auch sehr schön finde, ist No Eye in Threesome. Vielleicht möchte er darauf hinweisen im Text, dass wenn man eine Dreierbeziehung hat, dass dafür das eigene Ich kein Platz ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde beide Platten gut zum Ab- und Zuhören, aber nichts lebensveränderndes. Und der Joy Division Vergleich, der ist wahrscheinlich nur auf den Gesang bezogen, aber es fällt auf, dass es da zwei Bands gibt, die eigentlich fast identisch klingen. Kennt ihr Interpol? Nein. Ich kenne wie üblich keine einzige Band, die Klaus im Köcher hat. Also auch so die Ärzte. Aber es ist auch gut, es ist auch schön. Ich warte immer noch auf die Folge, wo ich sage, oh jo, die kenne ich auch. Interpol finde ich total interessant. Die gefallen mir, ich habe die 2015 mal eine Weile obsessivst gehört und mir geht es genauso. Also man kann kein Lied nennen oder so, wo man sagt, hör dir mal das Lied an, aber die haben so eine Stimmung und die Stimme hat zwar überhaupt nichts mit Joy Division zu tun, aber die Stimmung finde ich, es hat auch so etwas Kaltes, das sind so kalte Hallräume irgendwie, das ist so etwas ganz Seltsames, irgendwie düster, ganz schwarz und permafrostig und wahnsinnig faszinierend. Und dieser Paul Banks hat wirklich eine total interessante Stimme, die mich wahnsinnig fasziniert. Und bei Interpol fällt mir immer auf, es gibt so Alben, die gefallen mir nicht und es gibt Alben, die gefallen mir dann durchweg. Und ich glaube, der Grat dazwischen ist so ganz, ganz schmal. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Das kann auch, jedes Interpol-Lied kann genauso langweilig sein wie faszinierend und es ist irgendwie ein ganz schmaler Grat nur dazwischen. Ganz seltsames Phänomen, aber interessante Band. Da habe ich jetzt auch gerade kurz vor, bevor wir uns getroffen haben, noch entdeckt, dass die ja auch ein Album gemacht haben und beschlossen, dass ich morgen gleich mal wieder Interpol hören muss. So, jetzt kommt eine Band, die ich extrem geliebt habe eine Weile und gefeiert habe und die mich seit einigen Jahren und etlichen Alben nur noch enttäuschen. Und zwar jetzt so oft enttäuschen, dass ich eigentlich mich nicht mal mehr dafür interessiere, für ein neues Album. Arcade Fire machen ihr zweites, glaube ich, Album. Wir haben noch eine EP dazwischen. Und dieses Album heißt Neon Bible. Und ich habe die gesehen beim Southside Festival, vielleicht war es 2006, vielleicht 2007. Und ich habe selten eine Band, eine Live-Band gesehen, die mich so euphorisiert und begeistert hat. Das sind zehn Leute oder so auf der Bühne. Acht, neun Leute. Da sind noch Geigerinnen dabei. Dann diese Background-Sängerin, glaube ich, die Freundin oder die Frau von dem Sänger, Wynn Butler war, die dann Akkordeon noch spielt. Und so Background-Sync, manchmal auch Französisch. Das sind ja Kanadier. Und dann wechseln die anderen auch oft die Instrumente untereinander. Und diese Musik hat ja was sehr Euphorisierendes. Die Lieder steigern sich ja dann auch immer so hoch. Und es gibt dann ganz oft so Momente, wo alle auf der Bühne rumspringen und auf irgendwas rumklopfen. Und man steht davor und denkt, wie geil kann eigentlich Live-Musik noch sein? Das ist wirklich so euphorisierend und so begeisternd. Es hat irgendwie einen Folk-Hintergrund, aber auch einen Indie-Rock und eine ganz fantastische Live-Band. Und dieses Album hier, Neon Bible, zeigt jetzt noch mal schon im Titel etwas, was einem bei ganz vielen Liedern auffällt, dass es auch irgendwie eine Art von, ja, ich weiß nicht, weltlicher Kirchenmusik ist. Also das hat so was brutal Hymnisches einfach, wie sich das reinsteigert. Vielleicht müsste man sich das Lied My Body is a Cage mal anhören, wie das so aus so einem düsteren, ruhigen sich in was reinsteigert, wo man am Schluss sich nicht mehr halten kann. Also ich denke da auch an so einen afroamerikanischen Gospel-Gottesdienst oder so, wo am Schluss halt alle in Ekstase sind irgendwie. Und das schaffen die bei ganz, ganz vielen Liedern. Da ist auch was von Springsteen drin, so dieses weltumarmende, super euphorische Keep the Car Running, ist auch ein klares Springsteen-Zitat, meiner Meinung nach. Dieses kirchliche wird natürlich noch mal ganz deutlich bei Intervention, eines der tollsten Arcade-Feier-Lieder. Das ist ja Wahnsinn, oder? Es ist so toll. Dieser Kirchenorgel. Ich hab's mir, ja, wie sich das aufbaut, allein erst ganz nur diese Kirchenorgel und dann kommt immer mehr dazu. Ach, das ist so großartig. Und dann dieser Chor, das ist ja Wahnsinn. Und dann vor allem auch Black Mirror, das erste Lied, das weiß ich noch. Ich hab mir das in Stuttgart angehört, in einem Plattenladen. Da gab's dann noch diese Boxen, wo man so neue CDs anhören konnte. Und ich dachte beim ersten Lied schon, erstens CD jetzt gekauft gerade in dem Moment und ich will dieses Lied jetzt sofort wieder hören. Ja, wo kann ich das jetzt irgendwie ... Das ist ja Wahnsinn, süchtig machen. Arcade-Feier, zweites Album, super. Das dritte auch noch. Und danach ist irgendwas Seltsames mit ihnen passiert. Dann wurden's weniger Lieder und von da an teilweise dann Alben, wo man eigentlich nur noch mit blankem Entsetzen sich das anhört und denkt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was das für eine Band sein soll. Ja, dieses Neueste, dieses Wii von 2022. Schrecklich. Ich hab die auch nicht wiedererkannt. Ja, das davor schon so. Ja, aber was ist denn da passiert? Also, ich weiß nicht, es ist halt ... Woran machst du das Schreckliche fest? Also, der Sound und das, was einem gefallen hat dran, ist halt total verschwunden. Es gab so ein Übergangsalbum, da haben sie schon vorsätzlich, glaube ich, versucht, auch in so eine Talking-Heads-Richtung zu gehen oder in so eine frühe 80er, Spät-70er. Und das ist dann interessant natürlich irgendwie. Aber das ist halt, wenn man jetzt eine Band für einen bestimmten Sound liebt, dann tut man sich natürlich schwer, wenn die plötzlich was anderes machen. Das kann auch mal funktionieren, aber oft halt dann auch nicht. Und das ist dann halt auch ein Dilemma. Die können jetzt auch nicht zehn Alben immer das Gleiche machen. Aber das, was sie jetzt machen, klingt auf dem Papier interessant, ist aber langweilig. Da habe ich gleich eine Band, die können das schon. Ja, ich bin ja auch ACDC-Fan und so weiter. Das ist ja dann auch nie ein Problem. Aber bei manchen Bands, ja, ist halt dann, fragt man sich halt dann, ja, braucht man das jetzt noch oder so? Aber andererseits, wenn sie sich ändern, mag man es halt auch nicht. Es ist ein Dilemma. Es gibt da kaum eine Lösung dafür. Ja. Ja, ja, das altbekannte Problem der musikalischen Weiterentwicklung. Und bei Arcade Fire, wenn ich Kritiken lese oder wenn ich lese, was sie machen wollen, denke ich immer, klingt total interessant, dann mach es doch aber auch. Aber die Songs sind einfach nicht gut, die da rauskommen dabei. Finde ich. Ja. Zum Glück haben wir immer die Möglichkeit, die alten Songs immer und immer wieder zu hören. Das ist doch auch schön. Ich hatte auch bei Intervention, da hatte ich auch noch einen YouTube-Kommentar gesehen, weil ich das auch live mir immer ganz gerne die Konzerte angucke da. Und da hatte einer geschrieben, dass dieses Stück so großartig ist, aber leider viel zu kurz, sodass man es immer mehrfach hintereinander hört. Und das ist ja auch das, was du gerade sagtest bei Black Mirror und so. Und das fand ich nämlich auch. Also das geht nur vier Minuten und ich denke, so ein episches, hymnisches Stück, wieso geht das nur vier Minuten? Ja, man könnte es auf zehn Minuten. Lass das mal zwölf Minuten gehen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Gut. Martin, mach doch du mal weiter. Okay. Apropos Bands, die auf zehn Alben genau gleich klingen. Eine Band macht ein Album und das Besondere an dieser Band ist, dass, glaube ich, die Band die einzigen Personen auf der Welt sind, die sich selber ernst nehmen. Nämlich Manowar. Machen das Album Gods of War. Und ich habe mir gedacht, man muss ja nicht immer nur Alben raussuchen, die man mag. Man kann ja auch mal Alben raussuchen von Bands, die man eigentlich ganz gut findet, wo man das Album aber heiße findet. Und Gods of War ist ein solches Album. Es handelt sich um ein Konzeptalbum. Und es geht so um nordische Mythologie, wo ich mir denke, so, ja, wo ist das Konzept? Das ist jetzt nicht ganz so neu bei Manowar, aber da geht es vor allen Dingen um Ohn. Und von dem normalen Manowar-Größenwahn gepackt, haben die sich gedacht, wir machen einen Vier-Alben-Zyklus mit vier Konzeptalben, diese unterschiedlichen Figuren der nordischen Mythologie beleuchten. Daraus ist bisher nichts geworden. Also, es gibt halt dieses Gods of War, da geht es um Odin und danach ist Feierabend mit Konzeptalbum. Ja, das Album hat 16 Lieder, davon ist ein Bonus-Track, also 15 Lieder. Und von diesen 15 Liedern sind sieben eigentlich so Skits. Also, da wird entweder nur gesprochen oder es gibt nur so instrumental mit irgendwelchen Chören oder irgendwie so. Also, unterm Strich acht echte Lieder, so nach dem Motto. Und die sind alle, also ja, am Ende sind es alles Manowar-Lieder, aber finde ich jetzt auch, die haben nicht diese übertriebene Epicness und diese dicken Eier, die Manowar halt so eigentlich haben. Und deswegen finde ich das, also ich kannte das Album auch gar nicht vorher und fand das einfach auch auf ganzer Linie enttäuschend. Außer dem Bonus-Song, der nämlich nicht Teil des Konzeptalbums ist, der heißt Die For Metal und der klingt so, wie ein Manowar-Song klingen muss. Okay. Ja, also Metal-Bands und Konzeptalben ist schon immer mal ein Problem, da gehen eigentlich schon die Alarmglocken an, wobei es auch Gegenbeispiele gibt, Queenstrike zum Beispiel. Aber bei Manowar muss ich halt wirklich echt auch immer lachen, vor allem, weil ich die halt wirklich mal richtig, richtig gut fand. Ja, so mit 17, 18. Wir haben ja in unserer Folge mit Ralf Metal und Pubertät darüber geredet, wie wir wirklich auf Manowar abgefahren sind und Battle Hymns und so. Also diese ersten vier Alben hatte ich und fand das allen Ernstes irgendwie gut. Also bis Kings of Metal, glaube ich. Und ich finde das, also ganz ehrlich, also jetzt mal Spaß beiseite, wer bei Warriors of the World so ganz entspannt so, ja, nee, macht gar nichts mit mir. Weiß ich nicht. Also toxische Männlichkeit hin oder her, aber das holt schon ab. Das holt mich auch immer noch ab. Schlimm genug, ja. Ist das auch? Also ich tue mich ein bisschen, also ich habe so eine Metal-Playlist hier und wenn da Wheels of Fire, freue ich mich noch drüber. das ist einfach, da kann ich auch nicht umhin. Aber diese, und Battle Hymns habe ich, glaube ich, noch drin. Die zwei haben es überlebt. Die Zeit und die, die Zeitenwende überdauert. Ja. Ja, aber ansonsten. Ja. Gut, aber ich bin froh, dass du es erwähnt hast. Ich habe mich schon gefreut, auch als du es, äh, geschrieben hast, dass du darüber sprechen willst. Jetzt gucken wir mal. Ja, und also es ist ja so, also es ist schon fast so ein Guilty Pleasure eigentlich, Ja, ja, klar. Ich bin ja jetzt nicht mehr so, äh, 2024, so ernsthaft, eine Man-of-War, finde ich, das ist eine total gute Band. Ja, aber ich habe wirklich, ich habe ja schon erzählt, ich habe eine Kollegin, eine junge, ich weiß nicht, war es eine Referendarin, die ist wirklich mit einem Man-of-War-Sweatshirt an der Schule rumgelaufen und nicht ironisch. Ja, okay. So, äh, wir gucken mal, was der Klaus noch hat. Ich als großer Hip-Hop-Skeptiker möchte jetzt eine Lanze brechen für das, meines Erachtens, beste Fanta 4-Album, nämlich Fornica, das haben wir damals sogar sehr häufig gehört, wir waren auf der Tour, ich habe mir ein T-Shirt gekauft, denn das Konzert damals in der Messe Freiburg war richtig toll. Im Gegensatz zum Konzert in der Stadthalle Freiburg, die ja immer eine Scheiß-Akustik hat. Da war das Album viel, glaube ich, gerade aktuell, aber Fornica, das war wirklich nochmal was anderes und es ist eine Platte, die hat ein cooles Artwork, das ist alles so ein bisschen auf Stummfilm und Fritz Lang beziehungsweise Max Schreck oder auf irgendwelche B-Movies, Horrorfilm, Plakate und so ausgelegt, gefällt mir schon mal sehr gut und es gibt jetzt nicht den Überhit auf der Platte, höchstens vielleicht das Lied Ernten, was wir sehen, das war fast ein bisschen rockig und wo sie da jedes Wort nochmal wiederholen, das war, finde ich, sehr originell und dann gab es noch das Lied mit Herbert Grönemeyer, Es könnte alles so einfach sein, es heißt eigentlich nur einfach sein und dann hört man natürlich diese Stimme von Herbert, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht, das finde ich auch sehr lustig und ein paar Lieder, wo Smudo mal wieder zeigt, dass er der Beste ist von allen, Ich ist, ich ist, ich ist, ich heißt es, fand ich cool und dann gibt es noch dieses Lied Fornica, das ist sogar ein bisschen fast schon unheimlich und so leicht zu greifen, also eine Platte, wo jetzt nicht auf Hits geschielt wird, sondern darauf, eine runde Sache zu machen bei all den vielen Sängern beziehungsweise Rapern, die da mitmachen und ich weiß, dass er heutzutage Fantafia irgendwie so für die, also Hip-Hop für die ganze Familie ist eigentlich, also das ist nichts Gefährliches eigentlich, aber ich finde, das ist eine gute Platte, wo man jetzt sagen muss, naja, die Fantafia, das war natürlich der Anfang, aber eigentlich jetzt peinlich, finde ich überhaupt nicht, dann gibt es noch das Lied Niki war nie weg, da geht es um Niki Lauda und um die Freundin oder was von Kurt Jürgens, ja, das muss man den Jugendlichen natürlich heutzutage erklären, was sie genau damit wollen, weiß ich nicht, aber was ich oft gelungen finde, ist, wenn erst Thomas D, dann Smudo, dann Andy Y, da finde ich besser ist, als zu Anfangstagen, wenn die sich abwechseln mit den Strophen und da finde ich auch immer Smudo am besten, aber insgesamt finde ich das eine runde Platte der Fantafia und wie gesagt, kein Überhit drauf und das macht auch überhaupt nichts. Gut, ich möchte erst mal kurz erwähnen, dass das ein Album ist, das da vorgestellt wurde vom Klaus, das ich kenne. Oh ja, stimmt, ja, wollte ich noch gerade sagen, ob er das wohl kennt, ja, ich habe dich schon gerade nicken sehen, ja. Den streiche ich, ja, wobei Fanta 4 und ich jetzt auch nicht die engsten Freunde sind, aber er hat den wichtigsten Fanta da jetzt gerade in seiner Aufzählung unterschlagen, nämlich Michi Beck, der ist nämlich der Beste, so. Okay, der Kopf hinten dran auf jeden Fall, oder? Oder ist das, nein, Halbwissen. Wer ist der, der alles macht eigentlich? Der Frickler? Ich glaube es nur, aber weiß ich nicht mehr. Der die Musik macht, produziert, das ist Andy Y. Das ist Andy Y. Andy Y, ja, Der gibt mittlerweile Kurse an der Stuttgarter Uni und keiner erkennt ihn. Cool, super. Keiner mehr weiß, wer das ist. Ja, der Orang. Wie, in einem Song heißt es, A wie Andy, Y wie Jär, unsichtbarer Fanti, Multimillionär. Gut, ich bin dran. Ja. Wir kommen, gehen ein bisschen, ein Stückchen weiter nur nach Süden und gehen so in die Mitte von England, ungefähr da, wo der, weiß ich nicht, ist da der Hadrianswald? Nee, ich glaube, der ist schon noch ein bisschen nördlicher. Egal, auf jeden Fall sind wir in Leeds, in Yorkshire. Und da kommt eine Band her, die damals bei 1Live immer gemeinsam beworben wurde mit der Band The Good, The Bad and The Queen, die wir auch noch hören werden heute wahrscheinlich. Über die spreche ich, ja. und die wurden damals immer irgendwie zusammen genannt, nämlich die Kaiser Chiefs mit Yours Truly Angry Mob heißt das Album. Und da auch wieder Indie-Rockmusik vom Feinsten. Ich habe die immer wieder gern gehört und das wichtigste Lied auf diesem Album ist natürlich Ruby, 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 Ruby. Und das ist eine schöne Rockband, so englische Arbeiterklasse. So von den Texten her auch so ein bisschen, es ist nicht so ganz hedonistisch, es geht, aber trotzdem irgendwie schöne Themen, aber auch immer wieder so ein bisschen ein bisschen Wut dabei. Also ein Song heißt, oder da geht es darum, We Are The Angry Mob, We Read The Papers Every Day oder Everything Is Average Nowadays. Anleihen von Oasis natürlich, Blur, Dexys, Midnight Runners irgendwie sind zu hören. Ich finde aber, man hört auch ab und zu immer mal wieder Beatles raus und so und auch da ist immer wieder zu nennen natürlich auch das Tolle Britisch, einfach dieses Englische, dieses Arbeiterklassenenglisch, dieses Proletarierenglisch, das kommt irgendwie gut bei diesen Kaiser Chiefs raus. Mir gefällt vom einen Jahr später darauf folgenden Jahr auch noch ein Song sehr gut, das ist Never Miss A Beat, aber auf dem Album sind besonders gut eben Ruby und The Angry Mob. So, sehr schöne Songs. Ich weiß noch, dass Ruby im Rolling Stone immer als super nerviges Lied irgendwie bezeichnet wurde oder nervigstes Lied von 2007 oder so. Ja, ja, gut. Ich finde, es hat ein paar gute Stellen, also klar, dieser Refrain ist irgendwie doof mit diesem ewigen Rui, aber es sind, ich mag zum Beispiel diesen Zwischenteil, Could it be, could it be that you're joking with me, der dann auch wiederum in das Gitarrensolo, also die gleiche Melodie hat wie das Gitarrensolo, das ist ungewöhnlich, finde ich, dass die Bridge oder dieser Zwischenteil die gleiche Melodie hat wie das Gitarrensolo. Also es sind ein paar interessante Sachen drin, finde ich. Ich kannte das erste Album, ich habe sie dann nicht weiterverfolgt, sie waren mir dann nicht wichtig genug, genug, aber das hat, also ich konnte das alles nachvollziehen, was du da gesagt hast. Ich habe es auch gern gehört, dieses Album, aber ich habe es dann nicht weiterverfolgt, weil es mir einfach auch zu viele ähnliche Bands waren dann zu diesem, zu dem Zeitpunkt. das stimmt schon. Da kamen die Cooks noch und alle, das war dann, war Wahnsinn. Ich weiß zwar nicht genau, wieso die miteinander verglichen wurden, aber dann mache ich gerade diese andere eben schon erwähnte Band oder dieses Projekt The Good, The Bad and The Queen. Eine Supergroup, sagt man ja dazu, wenn so Stars aus verschiedenen Bands sich zusammentun. Damon Albarn ist nach dem Ende von Blur ja unglaublich umtriebig, ja bis heute ein Hans Dampf in allen Gassen, hat die Gorillas gerade gemacht und dann jetzt schon wieder ein neues Projekt am Start, nämlich ja mit Paul Simenon, dem Bassisten von The Clash und er hat noch einen Drummer, der mit Fela Kuti gespielt hat, also sehr versiert ist in afrikanischen Rhythmen, Tony Allen und da machen die jetzt ein Album, das ich sehr, sehr, sehr gemocht habe damals. Ich habe es mir jetzt nochmal angehört und finde es einen Tick langweiliger als damals, aber immer noch sehr interessant. Also wir haben so eine seltsame Mischung aus ja so jamaikanischen Einflüssen auf jeden Fall drin, also wir sind so im Bereich Reggae und Dub vor allem, dann so aber halt in dieser britifizierten Version halt von den Specials oder von The Clash, Guns of Brixton ist ja das Dub-Lied glaube ich von The Clash irgendwie, wo das am deutlichsten wird und dazu aber ganz viel Akustikgitarren auch und so fiese Orgeln und so und dann halt dieser ultra coole Gesang von Damon Alban und diese sehr, sehr coolen jamaikanischen Rhythmen da im Hintergrund. Sehr cooler Bass. Also wenn man Bass und Schlagzeug hört, denkt man, da könnte jetzt eigentlich so ein Reggae-Offbeat drüber, aber sie spielen eigentlich nie ein Reggae-Offbeat und das ist das für mich und die Melodien sind auch überhaupt nicht Reggae-mäßig, das ist das für mich, was es dann interessant macht, diese Kombination. Also es ist ein Reggae-Fundament, das aber obenrum was ganz anderes macht. Interessant ist und finde für mich ein sehr, sehr cooles Album. Also das ist immer wirklich lässig, so im wahrsten Sinn. Sehr unaufgeregt und sehr, sehr entspannt. So kann man es auch nennen, ja. Also mein Zivi-Kollege hat sich das damals gekauft, weil das bei eins live immer irgendwie so beworben wurde, wie ich ja gerade schon sagte und er kam dann mit der Kritik, es ist ein bisschen dröge. Ja, kommt drauf an, was man erwartet. Also für jetzt live oder auf einem Festival oder so glaube ich auch nicht, da wird man jetzt bei Reggae was anderes erwarten. Für dein Auto ist es fantastisch. Ja, und Damon Alban ist einfach, also was der macht, ist immer irgendwie toll. Und er hat auch seine Stimme, ändert sich auch, seine Stimme wird tiefer, irgendwie reifer, ein bisschen sonorer oder wie man das nennt und nicht mehr so quäkig wie vielleicht am Anfang bei Blur zum Teil und es tut dem auch gut. Es ist einfach eine schöne Gesangsstimme. Ich höre dem einfach gern zu, wenn er singt, mehr als wenn er redet. Ich habe vor kurzem einen Podcast abgebrochen, weil es mich angeödet hat. Er hat da einfach nichts zu sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe bei Wikipedia gesehen, der ist ja auch OBI, also irgendwie sowas ähnliches wie ein Sir, also irgendwie zum Ritter geschlagen, sowas ähnliches, glaube ich, ist das. Für seine Verdienste, für die englische Popmusik, kann schon sein. Ja. Okay. Wenn der gute Klaus Bieler da Hip-Hop gemacht hat, dann kann ich mich natürlich nicht lumpen lassen und muss auch nochmal Deutschrap machen. ja, mit einer Band, die fast genauso ist wie Fata 4, nämlich KIZ. Das ist praktisch dasselbe Album. Habe ich ja schon im letzten Jahr drüber gesprochen und ich wollte eigentlich jetzt auch nicht unbedingt Bands doppeln, aber über dieses KIZ-Album muss ich auf jeden Fall sprechen, denn es ist das zweite, es heißt Hahnenkampf und es ist das KIZ-Album, mit dem ich sowohl KIZ kennengelernt habe und darüber dann auch tatsächlich überhaupt wieder zurück zum Deutschrap gefunden habe, weil ich habe das ja so in meiner Pubertät viel gehört, dann so den Schritt in Richtung Gitarrenmusik gemacht und dann war Deutschrap für mich eigentlich auch eher uninteressant und so und über KIZ bin ich dann da wieder ja so reingekommen und das ist auch im Prinzip der kommerzielle Durchbruch von KIZ mit der Single Spast, die glaube ich obwohl nicht sonderlich radio-tauglich 2007 rauf und runter gelaufen ist irgendwie auf MTV und Viva und so weiter und so fort ja wir hatten ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und da habe ich ja dann immer erwähnt wie was das ja eigentlich für eine intelligente linke Band ist und tralala und so weiter und so fort das hört man jetzt auf dem Hahnenkampf Album noch nicht so direkt wie intelligent und schlau die Texte sind und so das ist wirklich noch alles sehr ja die Lust am provozieren und so was sie ja auch immer haben aber das ist da so die die Kernkompetenz nichtsdestotrotz ist das alles gut gerappt die Vergleiche sind super und Geld essen Spast und Pogen gehen auch super gut nach vorne und sind auch glaube ich jetzt immer noch Songs die die irgendwie live spielen und die gut abgehen und ein Lied möchte ich noch erwähnen nämlich Haus in Neuruppin ein Cover von House of the Rising Sun wo es um einen Serienmörder geht mit einem interaktiven Musikvideo das im Jahr 2007 wo man wie in so einem Point and Click Adventure sozusagen durch das Musikvideo durch dieses Haus in Neuruppin gehen konnte und sich anschauen konnte was da so getrieben wurde deswegen konnte man das auch erst ab 22 Uhr tun Spannend KIZ Interessant Kampf Ja ich glaube ich gucke mir dann lieber dieses Video an und höre mir nicht die Musik an Ich hab's wieder versucht ich komm ich krieg's nicht hin Ich schaff's nicht Ich glaub das Video solltest du dir auch besser nicht angucken Ja Ich glaub da bist du dann auch zu zart beseitig für Ja Ja Alex dann mach doch du direkt weiter Mhm Ja Wir gehen jetzt kommen wir in den mittleren Westen von England nach Liverpool in die Musik Hauptstadt Liverpool und dort begegnet uns eine Band die eigentlich so klingt als käme sie aus Australien nämlich The Wombats und die Wombats presenten proudly a guide to love loss and desperation so heißt ihr Album und das ist meiner Meinung nach das einzig richtig gute Wombats Album was ich immer wieder auch gerne höre auch jetzt in der Vorbereitung wieder gern gehört hab danach finde ich wird's viel zu poppig viel zu keyboard lastig viel zu ruhig und alles was cool ist auf diesem Album kommt später bei den Wombats nicht mehr vor ich finde dieses Album die ganzen Texte ist gut zum mitsingen es ist witzig es ist abgedreht es ist hedonistisch es ist unkompliziert da kommen so Songs wie Kill the Director mit dem mit der tollen Line If this is a romcom kill the director und this is a song about a gender I will never understand und understand und um sowas geht's dann halt die ganze Zeit oder oder halt auch der großartige song Let's Dance to Joy Division and Celebrate the Irony weil man zu Joy Division ja nun mal schlecht tanzen kann eigentlich und da gab's natürlich auch eine Single das war Moving to New York die kennt man vielleicht noch ganz gut Moving to New York cause I got issues with my sleep und so aber allein schon wie viele einfach Frauennamen im Titel vorkommen also Lost in the Forest Where's Laura Patricia the Stripper Dr. Susan Mattox PhD also richtig hedonistische spaßige down to earth Themen einfach also ganz anders als bei den Kaiser Chiefs von gerade wo es wirklich auch irgendwie um gesellschaftlich wichtige Themen geht hier ist einfach auch der letzte Song this is my first wedding and I hope it is my last und so es ist einfach irgendwie witzig und permanent hohe BPM man könnte vielleicht sagen dass es oft ein bisschen gleichförmig klingt weil die Songs immer ähnlich aufgebaut sind aber ist egal macht Spaß und als ich die einmal hier im Jofel in Münster gesehen habe live haben die nichts von diesem Album gespielt vielleicht noch Moving to New York weiß ich nicht aber ich habe dieses Konzert ich habe mich so gelangweilt ich fand das ich fand das eins der schlechtesten Konzerte auf denen ich je war ich war komplett enttäuscht weil eben ich dieses Album mehr so als Referenz für The Wombats hatte und da nichts von kam so und das finde ich schade weil das ist eigentlich ein Album mit Songs die man gut eigentlich live spielen kann weil sie cool sind zum Abgehen so okay apropos hedonistisch und spaßig hier kommt das nächste Album von Klaus wobei er auch was über die Wombats glaube ich sagt hier ich komme zu einer Band die Marc extrem überschätzt findet und inzwischen kann ich ihm vielleicht sogar recht geben ich fand ihr zweites Album The Man Who wunderschön und teilweise sogar berührend produziert von damaligen Produzenten Nummer 1 Nigel Godrich der Radiohead produzierte dann ein Album von Divine Comedy und dann sogar der Ritterschlag Paul McCartney mit dem er dann aber glaubt Paul McCartney lässt sich natürlich von einem Produzenten nicht unbedingt sagen dass er nochmal an dem Lied arbeiten soll aber das Ergebnis Chaos and Creation in the Backyard war eins der besten wenn nicht das beste Soloalbum von Paul McCartney und die Band von der ich spreche die heißt Travis die hat mit Nigel Godrich ein tolles Album gemacht damals und das Album das sie 2007 rausbringen das heißt The Boy With No Name also nicht The Horse With No Name sondern The Boy With No Name es hat ein schönes Cover das eigentlich überhaupt nicht zu dieser Musik passt und die Platte ist um mit Marks Worten zu sprechen langweilig und ich finde es teilweise auch aber es gab eine Single die ist closer es gibt dazu ein lustiges Video in dem sogar Ben Stiller mitspielt da sind sie irgendwie im Supermarkt und räumen Zeug ein und dann kommt plötzlich Ben Stiller lustiges Video nicht so lustig wie das damalige vom dritten Album damaligen Video zu singen wo es eine Tortenschlacht gab und alles das Album damals hieß The Invisible Band also irgendwie hat sich Travis nach und nach in die Bedeutungslosigkeit gespielt die Platte ist nett es sind schöne Lieder drauf aber wenn man das zweite Album The Man Who hat dann braucht man das Album eigentlich nicht wobei Closer ist ein sehr schönes Lied und wie gesagt das Video zu dem Lied Closer ist sehr lustig also wenn man nichts anderes hat kann man das Album durchaus anhören ich war bei zwei Travis Konzerten eines war in Stuttgart auf der Tour zum dritten Album The Invisible Band das war ein schönes Konzert war sehr gut und natürlich liebe ich das Lied Why Does It Always Rain On Me so ein Hit ist hier natürlich nicht drauf und dann haben die in Freiburg gespielt im Innenhof der Uni das war schon mal sehr ungewöhnlich weil da gibt es eigentlich nie Konzerte und wir haben extra jemanden mitgenommen einen jungen Menschen also den Neffen meiner Frau der noch nie auf einem Konzert war und gesagt das wäre super und so und das war glaube ich kurz bevor Travis das vierte Album ich weiß nicht wie es heißt 12 Memories oder sowas rausbrachten und das Problem war sie spielten extrem kurz ich glaube es war gerade mal eine Stunde und fünf Minuten oder sowas da war die Vorband viel besser glaube ich ich meine das war die Band Athlete die eigentlich ziemlich cool sind und das war für mich sehr enttäuschend dass Travis da so kurz spiel und der Funke sprang und richtig über es war noch gar nicht richtig dunkel da waren sie schon wieder fertig und dann mussten wir dann uns am Leben sagen ja normal sind sie besser ich würde sagen normal ist ein Konzert auch nicht so langweilig liegt vielleicht auch an der Band es war dann wirklich schade an Travis finde ich gut dass das vier so sehr individuelle Typen sind der Bassist sieht immer extrem cool aus bewegt sich oft überhaupt nicht und schaut so ins Publikum mit seinen klubsch Augen und seinem out of bad Look auf dem Kopf also sieht sehr sehr lustig aus der Mann und ich glaube dass man ihn auch bei einem Video sieht zu der Neuauflage von Do They Know It's Christmas ich glaube 2005 war das bin mir nicht ganz sicher und dann gibt es den Gitarristen der sieht so ein bisschen grobschlechtig aus und rockt manchmal dass es kracht weil man denkt da gibt es doch gar nichts zu rocken und dann gibt es den Schlagzeug der irgendwie ein bisschen aussieht wie Marc allerdings mit hochgestellten Haaren aber auch mit so einem Jack Sparrow Bärtchen und dann natürlich den Sänger Fran Healy der glaube ich inzwischen in Berlin wohnt eine schöne Stimme hat immer so ein bisschen lausbübisch ist aber dann auf Dauer wahrscheinlich zu nett aber wie gesagt bei diesem Konzert im Freiburger Mensa oder Uni Innenhof da waren sie mir wirklich nicht zu nett sondern zu kurz angebunden muss man sagen und da habe ich zum ersten Mal das Lied Peace the Fuck Out gehört das auf dem Final-Album-Mission wo sie glaube ich ein Stadion singen ließen also das ganze Stadion sang dann Peace the Fuck Out und das hört man dann auf dieser vierten LP aber hier closer die Single zu dieser LP die The Boy With No Name heißt das kann man sich durchaus anhören aber nicht das Ei des Kolumbus oder die Neuerfindung des Rades ich möchte noch also ich glaube Travis ist die zweitlangweiligste Band der Welt nach den Go-Betweens und was mich völlig die waren im Rolling Stone ich habe damals den Rolling Stone abonniert gehabt und jedes Album von denen war Album des Jahres unfassbar euphorische Kritiken wo jemand dachte so was hören denn die da und der Klaus kam dann auch noch immer an mit Travis was hören denn die und es ich weiß nicht bis heute ich weiß nicht und sie sind ja dann auch echt in der Versenkung verschwunden keine Ahnung keine Erklärung ich höre da nichts ich weiß nicht auch dieses Single Why Does It Always Rain On Me im Radio wenn es liefert um Gottes was soll denn das naja wir hören mal noch er hat glaube ich noch die Wombats hier was über eine Band die heißt The Wombats und die haben eine Platte gemacht die wahrscheinlich überhaupt niemand mitbekommen hat oder von deren Existenz niemand mitbekommen hat wir schon The Guide to Love Loss and Desperation also wieder ein toller Albumtitel und auf dem Album ist ein Lied drauf das heißt glaube ich sowas wie Dance to Joy Division und allein deshalb muss ich es erwähnen mein Kumpel Andi Andreas Laug hat diese CD und dieses Album und er hat es glaube ich wie man heute sagt gefeiert und ich empfehle das Lied Dance to Joy Division sag ich doch genau okay dann haben wir ja schon darüber gesprochen dass wir MGMT noch erwähnen müssen das Album heißt Oracular Spectacular und es ist großer großer Pop fantastischer Indie Pop der sowohl im Mainstream funktioniert der im Radio laufen könnte oder im Radio lief weiß ich nicht im Format Radio wahrscheinlich auch nicht unangenehm auffällt und im Indie in der Indie Disco genauso funktioniert auf Wikipedia wird die Musik als Indie Tronic bezeichnet das finde ich eigentlich eine ganz gute Bezeichnung dafür es ist überkantitelt es ist irgendwie schräg und abgefahren es ist cool es ist feel good irgendwie und es ist wahnsinnig melodiös und poppig und eingängig und tolle 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 Songs allein die ersten vier sind zum Niederknie in große Pop Songs Time to Pretend The Youth Kids und Electric Feel ich weiß nicht manchmal hört man so ein bisschen Prince Referenzen irgendwie ist was 80er mäßiges drin aber trotzdem total zeitgemäß auch also ich glaube es ist so so perfekt wie Pop halt zu seiner Zeit sein kann es ist vielleicht wie die Cars oder Duran Duran 1984 oder Blur 1994 oder so ist jetzt hier MGMT ist einfach finde ich was Pop angeht im eigentlichen Sinn sind es die größten in diesem Jahr finde ich ja das kann man glaube ich fantastisches Album ja ich habe die immer mal weiterverfolgt die haben ja die machen haben jetzt auch gerade dieses Jahr wieder eine Platte gemacht die aber ziemlich enttäuschend ist aber die sind immer für was Interessantes gut ja immer weil wieder Synthi Pop Fokus auf dem Vorletzten She Works Out Too Much ein großartiges Lied war das finde ich schon vor drei vier Jahren und die kann man immer mal im Auge behalten aber so gut wie auf dem Album fand ich waren sie dann nie mehr also Kids lief ja wirklich im Radio rauf und runter also das kam ständig irgendwo und Time to Pretend ist auch auf irgendeinem Filmsoundtrack drauf kann ich glaube ich kommt mir auch so vor irgendjemand kommt aus dem Haus und setzt sich in ein Auto und fährt weg oder irgendwie so da passt das ganz gut rein genau ich fand aber auch jetzt beim Durchhören des Albums dass da auch wirklich auch viel Abwechslung dabei ist also ich fand ich wirklich auch nochmal interessant was außerhalb der Singles noch so da passiert also ich fand auch Anleihen von Stones fand ich irgendwie waren zu hören und Black Keys fand ich waren auf jeden Fall auch irgendwie mit dabei was ich bei denen gar nicht gedacht hätte weil ich hatte die immer in so eine Elektroschiene irgendwie gesteckt auf so eine Elektroschiene gesetzt in eine Elektroschublade gesteckt und ja also so ganz viele kleine Kleinode auf die ich dabei gestoßen bin bei dem Album ja ja die sind die sind unberechenbar die Typen und wird ja viel zitiert in der Gegend rum auch auf den späteren Alben dann noch oder vielleicht noch ganz kurz es gibt so drei Indie-Rockbands die alle so Alben machen die so ein bisschen enttäuschend sind oder so Nachfolgealben von ganz großen Alben Blockparty macht das zweite Album A Weekend in the City mit dem wurde ich nie richtig warm wobei ich jetzt vor kurzem bei unserem wir haben ja so einen Schallplatten Gottesdienst gerade da hat der Kollege der von der kirchlichen Seite kommt der Pfarrer hat The Prayer ausgesucht und das ist ein ganz gutes Lied aber das ist mir damals irgendwie durch die Lappen gegangen dann machen die Arctic Monkeys auch ihr zweites Album Favorite Worst Nightmare auch das ist mir damals war mir egal ich fand das erste Album ja ziemlich gut beim zweiten dachte ich dann so ah ja das klingt wie das erste nur nicht ganz so gut hab's jetzt aber vorher nochmal reingehört und dachte oh dem muss man auch nochmal eine Chance geben ich glaub das sind auch ein paar ganz gute Sachen dabei aber kein so ein Riesenschritt zwischen dem ersten und zweiten Album vor allem wenn man die weitere Entwicklung der Arctic Tech Monkeys sich vor Augen hält da war noch nicht damit zu rechnen was die noch für Veränderungen irgendwie durch laufen und dann hab ich ja letztes Mal ausführlichst über die Kings of Leon gesprochen und ihr erstes Album und jetzt kommt das dritte 2007 es ist ein Übergangsalbum Because of the Times es ist so dieses Album zwischen diesem alten dreckigen Südstaaten Rock und dem Sex on Fire Ding und das ist so gerade dazwischen das Album heißt Because of the Times und ich hab's damals wirklich fand's extrem enttäuschend hab's sie dann mit diesem Album auch live gesehen fand es ja auch furchtbar wie ja gesagt mittlerweile finde ich's eigentlich mag ich das Album es hat so drei ganz schlimme Lieder die so dramaturgisch an ganz blöden Stellen sitzen das glaub's zweite und vierte und sechste Lied immer wenn man denkt so ah nee vielleicht ist's doch nicht so schlecht kommt wieder sonst scheiß nicht und dann sind aber die letzten vier sind dann aber nochmal super dann aber so weit bin ich damals noch gar nie gekommen aber das ist mir öfter schon aufgefallen das gibt's manchmal bei Alben das erste ist so okay und dann denkt man jetzt bin ich mal gespannt und dann kommt's zweite und das ist ganz schrecklich und dann hat man schon keinen Bock mehr ja Frage an welcher Stelle eines Albums muss das beste Lied sein tja gute Frage fünf also oft ist es an zweiter Stelle ja also die Single ist traditionell oft ein zweiter der große Hit oder so aber die Single ist ja oft nicht der beste Song ja das stimmt ja also ich hab jetzt letztens ich weiß gar nicht mehr was war ich hab jetzt letztens sein Album gehört von ich komm jetzt aber da war das erste Lied hm um Längen besser als alle anderen und das ist auch richtig kacke richtig kacke ne weil dann dann hörst du das und denkst so wow geil los geht's und dann geht das aber gar nicht los das erste beim ersten würde ich so eins machen wo man so denkt ah es ist interessant ich weiß noch nicht so richtig muss ich nochmal eine Chance geben so ein Lied muss als erstes das erste darf natürlich nicht richtig schlecht sein irgendwie aber es muss so ha es muss so ein bisschen unklar sein und das zweite muss einen dann packen und auf keinen Fall darf das schlechteste Lied dann das dritte sein ne das schlechteste Lied beim dritten Lied schon die Ballade auspacken ist keine gute Idee dann denkt man sich gut dann lassen wir es die Ballade höchstens acht frühestens acht aber hinten raus die Balladen dran zu heften wie so ein trauriger wie so ein trauriger Rattenschwanz ist auch nicht gut das ist schwierig aber ich finde ja auch immer so ein Album Opener muss halt auch immer ein klarer Opener sein davon bin ich ja immer Fan dass das klar ist okay hier ist doch hier wird erstmal in das Album eingeleitet also schön finde ich ich habe mir jetzt ein paar Platten wieder gekauft gerade die Petscher Boys die neue zum Beispiel wenn die ersten drei Lieder schon einfach geil sind das ist halt schön wenn man denkt so ja und die Platte auflegt und sich freut und denkt super alles super super was der Rest des Albums ist fast schon egal wenn die ersten drei Lieder geil sind kann eigentlich nichts mehr passieren sag ich ja wie bei Maximo Park und dann den Rest gar nicht mehr kennen genau reicht gut haben wir eigentlich noch eine Runde oder sind wir durch ich habe noch eins ich auch naja okay gut ich dann Alex shoot ja so und jetzt kommen wir jetzt nehmen wir den Zug von Liverpool und fahren in die Hauptstadt nach London da ist nämlich 1984 jemand hingeflüchtet aus Gründen des libanesischen Bürgerkriegs erst nach Paris und später dann nach London umgezogen und zwar Mika Mika ist ein Pop Phänomen aus eben diesem Jahr 2007 mit seinem Album Live in Cartoon Motion und das ist so eine typische von der Biografie her so eine Underdog Geschichte könnte man eigentlich auch mal ein Biopic draus machen aber ich glaube dafür müsste er noch ein bisschen erfolgreicher eigentlich sein wurde in der Schule gehänselt wegen seiner Legasthenie oder wegen seiner Sprachfähigkeit oder keine Ahnung hat aber dann das Musiktalent entdeckt und war dann bei der Royal Opera und hat da irgendwie bei einer Oper mitgesungen und hat sich dann am Royal College of Music eingeschrieben also das ist so ein richtiger studierter Musiker und macht dann sein Debütalbum im Jahr 2007 eben Live in Cartoon Motion und das ist ein sehr diverses Album wenn man das in dem Jahr schon so sagen kann also heutzutage würde man es als divers bezeichnet wir haben da so Body Positivity drauf mit dem Song Big Girls You Are Beautiful dann natürlich der große große Hit Grace Kelly super ja und da gibt es ja die Zeile oder der Refrain geht ja I tried to be like Grace Kelly but all her looks were too sad so I tried a little Freddy I've gone identity mad und das mit dem Freddy habe ich jetzt erst gecheckt ich habe das halt also der macht dann halt da einen auf Freddy Mercury an der Stelle also so I tried a little Freddy und das habe ich jetzt erst weil ich jetzt erst den Text gelesen habe bei Spotify kann man ja jetzt den Text immer mitlesen und jetzt so ach so klar der versucht da so ein bisschen und ich meine so von der Stimme her passt das da an der Stelle durchaus auch aber vom Musikstil natürlich gar nicht ja trotzdem ein sehr sehr talentierter Künstler probiert sehr viel auf dem Album aus dann gab es ja diesen diese tolle Single Relax Take It Easy das war ja dieses von der Melodie von Died in Your Arms Tonight das alle aus der Alturs Werbung noch kennen ähm und auch Happy Ending ist total schönes Lied so ähm und dann was wir irgendwo mal glaube ich auch in so einer Dorfdisco mal gehört haben war dann Lollipop total das Kinderlied ähm aber ein ganz witziger Rhythmus kam 2008 dann auch als Single raus würde ich tatsächlich auch mit in die Playlist packen dieses Lied weil es irgendwie auch nochmal also weil es irgendwie so witzig ist wie so ein Kinderlied so also das ist ähm zeigt auch nochmal so diese musikalische Bandbreite von diesem durchaus Ausnahmekünstler so aber Grace Kelly kommt natürlich was macht er denn mittlerweile hört man noch was von ihm äh ich hab gesehen der macht immer noch Musik aber äh richtig genau weiß ich es auch nicht also ich hab jetzt ein neues Album oder so war mir nicht untergekommen weiß ich nicht so äh aber der war auch irgendwie später in der Jury von irgendwelchen Castingshows X Faktor oder so also der hat glaube ich so seinen musikalischen Weg gemacht zuletzt irgendwie ich glaube der gibt auch weiterhin Konzerte und so aber ich glaube in Europa also im europäischen Festland nicht mehr ich glaube da muss dafür muss man nach England kann man nochmal verfolgen ja Martin ja äh zum Abschluss hab ich noch eine finnische Metal Band dabei nämlich Apokalyptica und äh die haben das Album rausgebracht Worlds Collide und wie wie ja jeder weiß welche Instrumente braucht man für eine gute Metal Band richtig vier Cellos und ein Schlagzeug sie spielt im Cello genau ähm entstanden ist die Band aus so einem aus so einem Musikstudentenprojekt ähm und da haben sie auch das erste äh also haben einfach gesagt okay kann man Metal Musik auf Cellos spielen haben sie ausprobiert haben festgestellt geht und dann das Debüt Album mit dem griffigen Titel Apokalyptica Plays Metallica on 4 Cellos veröffentlicht wo sie eben Metallica Songs auf dem Cello spielen und ähm das hat gut funktioniert und dann haben sie eben ähm äh äh weitere Alben gemacht und die sind im Prinzip eigentlich häufig immer so eine Mischung aus eigenen Songs Metal Covers und aber halt auch so klassische Musik irgendwie verwurstet in diesen Cellos und ähm jetzt ist es natürlich so viele der Stücke sind eben nur instrumental weil sie halt keinen eigenen Sänger haben und es gibt immer wieder Stücke wo sie sich dann äh Sänger mit auf die Platte holen oder Sängerinnen mit auf die Platte holen und da eben auch durchaus äh äh mittlerweile große Namen der der Metal Szene eben und ich hab die auch schon mal live gesehen und ähm ja das ist schon auch krass einfach ne also weil die sehen halt ja auch so richtig aus wie so so ein typischer Heavy Metal Typ mit so richtig langen Matten und dann geht das Konzert halt los dann sitzen sie dann noch im ersten Moment auf ihrem Stuhl haben da alle ihr Cello und der erste Akkord geht los dann stehen die auf und dann headbangen die einfach 90 Minuten lang durch und ballern da auf diesen Cellos rum wie so ein Geistesgestört also das ist halt wirklich auch schon irgendwie irgendwie ne Erfahrung ähm wobei es für mich eben nicht über Albumenlänge irgendwie trägt das sind so Sachen das ist halt irgendwie mal für ein, zwei Lieder ist das so krass und da ist so wow und irgendwie so aber trägt nicht über Albumenlänge aber auf diesem Album sind zwei Lieder dabei die ich auf jeden Fall herausstelle und es sind natürlich welche wo sie sich einen Sänger äh dazugeholt haben nämlich einmal I'm Not Jesus mit Corey Taylor von Slipknot und einmal I Don't Care mit Adam Gontier von Three Days Grace die ähm also sind erstmal unabhängig davon dass es auf vier Cellos gespielt wurde auch so geile Lieder ja das ist schon sehr originell was die machen oder das war sehr aufsehenerregend als die da auf der Bildfläche erschienen wo man dachte so geil geile Idee super toll aber aber da wieder so zurück zum Thema was sollen die jetzt machen also die haben jetzt halt wir haben jetzt Metal auf Cellos gespielt ja okay und jetzt also was was soll da jetzt auch passieren und es gibt nämlich genau jetzt die beiden Möglichkeiten entweder machen sie das jetzt so lange bis es wirklich keiner mehr hören will oder sie machen mal irgendwann was anderes aber dann ist es halt auch kaputt also das ist immer so das Problem mit so originellen Dingen naja aber die haben sich ja schon durchaus einen Namen gemacht also die können jetzt erstmal noch ein bisschen davon zehren glaube ich ich meine machen die das nicht immer noch ja weil grundsätzlich irgendwie ansonsten machen sie halt Soundtracks das ist auch immer gut ja stimmt ich finde nämlich zum Beispiel der Track Iron auf dem Album der klingt so wie der Soundtrack zu einem dieser Prince of Persia Spiele da ist auch immer viel mit so arabischen persischen Klängen und dann aber mit E-Gitarre und Schlagzeug und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung also da kann ich mir vorstellen ich glaube auch dass ein Film der dann irgendwie stehen hat Soundtrack von Apokalyptika auch durchaus dadurch nochmal einen Wert gewinnt so also dass man das durchaus also ich könnte mir das super vorstellen zu einer düsteren Serie wie der Pass oder so da könnte das super passen irgendwie mit diesen mit diesen düsteren Waldaufnahmen da immer von der Drohne und so das können wir gut vorstellen ich glaube auch dass es funktioniert so der Klaus nochmal mit einem poppigen Album diesmal eine Band die mehrere Alben gemacht hat von denen ich aber nur zwei habe macht ein Album namens Teenager die Band heißt The Thrills und es ist auch so eine Band die nie so richtig bekannt wurde und vielleicht dazu ähnlich klingt wie andere wobei ich sagen muss der Sänger mit seinem manchmal leicht hysterischen Kippen in der Stimme hebt sich ein bisschen ab von den anderen ich finde die Platte auch ziemlich gut vor allem das Lied The Midnight Choir das finde ich ein sehr schönes Lied da gibt es auch ein Video dazu und dann gibt es ein Lied das heißt Nothing Changes Around Here auch ein schöner Titel meistens sind ja diese Liedtitel die mir gefallen Sätze das hat ja Morrissey bei den Smiths und später im Solowerk öfters gemacht also ganze Sätze als Liedtitel und die Band klingt durch den Sänger finde ich etwas prägnanter als andere und es sind schöne schöne Popsongs mit denen man eigentlich als Band nichts falsch macht und sie haben es glaube ich nie so richtig geschafft aber das muss man ja wenn man so einen Stil spielt auch nicht unbedingt das reicht eigentlich dass ich sie in meiner Plattensammlung habe wie gesagt das Album heißt Teenager die Band heißt The Thrills und es ist ein sehr solides Indie Rock Album mit wie gesagt einem auch gut aussehenden Sänger der eine interessante Stimme hat gut und dann habe ich zum Abschluss noch die gute alte PJ Harvey die 2007 auch wieder ein Album macht und zwar ist ja jedes Album von PJ Harvey steht ja für sich und da klingt jetzt mal wirklich kein Album wie das andere die hat das Problem wirklich gelöst dieses so sie macht jetzt einen Sound und weiß jetzt nicht mehr wie oft sie das wiederholen soll sondern sie macht einfach gleich von Anfang an immer unterschiedliche Alben sie hat dann sich am Mainstream versucht oder sicher eher poppigstes Album 2000 gemacht mit Stories from the City Stories from the Sea und landet jetzt wieder im düsteren England White Shark heißt die Platte sie klingt verhuscht sie klingt irgendwie ätherisch eher folkig nicht mehr Indie rockig und auch überhaupt nicht amerikanisch 95 haben wir über To Bring You My Love gesprochen wo ich das Gefühl hatte die klingt extrem amerikanisch und im Blues verhaftet jetzt finde ich wieder sind wir eher in so einem Feen Elfen England die Stimme auch eher so Feenhaft eher hoch teilweise das Album hat mich fast ein bisschen erinnert das war mir gar nicht klar an dieses vom letzten Jahr was ich nicht gut fand es ist die gleiche Richtung aber dieses Album White Shark ist viel besser finde ich als das vom letzten Jahr es ist sehr aus der Zeit gefallen wirkt arg fragil und wahnsinnig faszinierend aber die Liedtitel sagen auch schon wo die Reise hingeht hier The Devil ist gleich das erste Lied aber gleich ein ganz fantastisches When Under Ether ist das zweite und dann sind da noch so Sachen drauf wie Dear Darkness oder Broken Harp oder The Piano man weiß schon ungefähr so vielleicht von diesem Titel wie das klingen könnte ein sehr gutes PJ Harvey Album gehört vielleicht zu meinen Liebsten sogar von ihr von 2007 und damit sind wir schön durch am Ende angelangt Wahnsinn Toll Die Reise ist abgeschlossen immer wieder ein Vergnügen Ja also was ich ja wieder Wahnsinn finde ist dieses gerade mit euch so dass wir es ja ohne dass wir uns allzu sehr da um Alben balgen müssten dass jeder seine Vorschläge macht und es gibt ganz selten irgendwelche Überschneidungen also auch der Klaus schickt mir jetzt diese fünf Dinger und ich weiß schon da ist nichts dabei ich muss ihn gar nicht fragen irgendwie was machst du um vielleicht zu verhindern dass wir Doppelungen haben also ich glaube die Wombats waren jetzt hier die einzige Doppelung heute aber das dass da jeder einfach seinen eigenen Geschmack hat und dass wir so von so vielen verschiedenen Seiten dieses Jahr einkesseln finde ich irgendwie interessant und toll ja finde ich auch und das obwohl unser Musikgeschmack ja schon eher in die ähnliche Richtung geht also es ist jetzt auch keiner dabei der irgendwie jetzt ein Schlageralbum irgendwie da hier dabei gehabt hat aber trotzdem ist das musikalische Spektrum von den Genres her trotzdem so groß in allem was uns gefällt dass man da einiges von zehren kann und alles war wieder gut dabei ja interessant und ich freue mich jetzt auch auf die Playlist und hören wir da auch wieder Sachen an die ich nicht kenne gut dann danke ich euch mal wieder fürs dabei sein danke für die Einladung in zwei Monaten machen wir wieder irgendein anderes 2000er Jahr wir haben noch einige und ja macht's gut bis dahin tschüss tschau tschüss dreht nicht durch alle miteinander tschüssi